Lena Meyer-Landrut soll Mama geworden sein Neuer Lebensabschnitt für die Sängerin Offenbar hat für Sängerin Lena Meyer-Landrut ein völlig neuer Lebensab, denn wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die 29-jährige Mama geworden sein. Mit Baby in Berlin gesichtet laut des Berichts wurden Lena und Mark Forster vor kurzem zum ersten Mal Eltern, und zwar eines Sohnes, die die Zeitung erfahren haben. Nun wurden die beiden bei einem Spaziergang gesichtet, mit ihrem Nachwuchs, wie es heißt. Der Sänger soll nämlich einen Maxi Kosen, also einen typischen Autositz für Babels, getragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020